Hallo Männer, Nicolo hier. Zunächst möchte ich ein Foto mit euch teilen, welches ich auf dem Blog Autonome Rationalisten fand. Auf dem Bild ist ein Informationsplakat der Deutschen Bahn zu sehen, das Wohnsitzlose darauf aufmerksam macht, wo diese eine Unterkunft finden können. Das wirklich Verstörende daran ist, dass zum einen Frauen dort eine kostenlose Unterkunft erhalten, während Männer 6,19 Euro zu löhnen haben und darüber hinaus sich Frauen dort 24 Stunden lang einquartieren können, während Männer auf der anderen Seite nur eine Übernachtungsmöglichkeit erhalten. Allein die Wortwahl in den Texten finde ich hochinteressant. Wohnungshilfe für Frauen im Vergleich zu Übernachtungsmöglichkeit für Männer. Frauen bekommen kostenlose Hilfe, Männer hingegen müssen für ihre Möglichkeiten bezahlen. Und fragt euch jetzt mal ernsthaft Jungs, wenn wir in dieser Geschichte die Geschlechter vertauschen würden, was würde dann passieren? Meine Vermutung wäre, es würde sofort ein Shitstorm ausbrechen. Dieses Informationsblatt würde als Beweis für die Allmacht des Patriarchats angesehen werden. Zeitungen würden diese Geschichte auf die Titelseiten ihrer Ausgaben drucken. Wieder einmal wäre die Politik gefragt, hier ein Zeichen zu setzen. Frauen würden noch immer nicht gleichberechtigt sein. Bla bla bla. Aber es betrifft Männer? Wen juckt's? Der Mainstream, der aktuelle Zeitgeist oder das vorherrschende Narrativ, wie auch immer man es bezeichnen möchte, propagiert unablässig, dass Frauen in unserer Gesellschaft benachteiligt und Männer privilegiert sind. Überhaupt, beobachtet man den Mainstream bezüglich der Geschlechter, so laufen 99% aller Beiträge nach dem gleichen Schema ab. Der böse Mann, die arme Frau. Allerdings, das Narrativ steht diametral der Realität entgegen. Aber warum ist das so? Und noch viel interessanter, warum wird dieser Fakt aufs Schärfste verleugnet und attackiert? Die Antwort lautet Gynocentrismus. Eine der besten Methoden, Bluepiller zum Aufwachen zu bringen. Sofern sie hierzu überhaupt in der Lage sind, ist es ihnen reale gynocentrische Beispiele aufzuzeigen. Genau dies ist das Ziel meiner neuen Videoreihe Gynocentrismus hautnah. In dieser Reihe werde ich versuchen, reale Beispiele von einseitiger Frauenbevorzugung und Männerbenachteiligung aufzudecken. In jedem Video dieser Reihe, welche ich spontan und bei Bedarf fortzusetzen gedenke, werde ich zwei oder drei gynocentrische Beispiele näher erläutern. In letzter Zeit haben sich viele dieser Beispiele bei mir aufgestaut, die ich aber unbedingt mit euch teilen möchte. Zu meiner Schande muss ich sogar zugeben, zu diesem Zweck ein paar Mal die WAZ und mögen die Götter mir gnädig sein, sogar die Bildzeitung gekauft zu haben. Darüber hinaus werde ich einige der Beispiele behandeln, die ich von meinen Zuschauern meines Kanals zugeschickt bekam. Zunächst einmal möchte ich mich, sofern ich das im Einzelfall nicht bereits getan haben sollte, bei dem jeweiligen Zuschauer bedanken. Und zum anderen bin ich für inhaltliche Vorschläge dieser Videoreihe stets offen. Wenn du also einen Bericht, einen Artikel oder ein Video findest, was deiner Meinung nach gut in diese Reihe passen würde, poste den Link bitte im Kommentarbereich oder schicke mir eine Mail über das Kontaktformular auf meinem Blog www.derdenkendemann.net. Bezüglich der Verschärfung des Sexualstrafrechts in Schweden haben mich bereits mehrere meiner Zuschauer angeschrieben. Dieses Thema finde ich allerdings derart brisant, insbesondere unter der Betrachtung der Hashtag-MeToo-Kampagne, dass ich dies lieber in einem separaten Video dediziert verarbeiten möchte. Für jene, die noch neu auf meinem Kanal sind, wiederhole ich an dieser Stelle kurz, was Ginozentrismus ist, zumindest so, wie ich ihn persönlich definieren würde. Ginozentrismus. Im Ginozentrismus werden die Interessen und das Wohl von Frauen über die der Männer gestellt. Politische und kulturelle Errungenschaften werden daran gemessen, wie sehr diese Frauen nützen. So wird beispielsweise die Steigerung des Frauenanteils in prestigeträchtigen, aber von Männern dominierten Bereichen als gesellschaftlicher Fortschritt betrachtet. Die Frau steht im Mittelpunkt und repräsentiert den Menschen an sich. Die weibliche Perspektive ist die allgemeingültige, während der Mann als minderwertig, tierisch und vor allem entbehrlich betrachtet wird. Der Ursprung des Ginozentrismus liegt in der Biologie beider Geschlechter bzw. deren verschiedenen Sexualstrategien, die wiederum eine Folge des Angebots und der Nachfrage von Eizelle und Sperma sind. Würde der Ginozentrismus eine körperliche Form annehmen können, sehe dieser wahrscheinlich folgendermaßen aus. Dies ist das Titanic Memorial, welches in Washington DC steht. Auf diesem befindet sich folgende Inschrift, die ich euch nicht vorenthalten möchte. To the brave men who perished in the wreck of the Titanic April 15, 1912, they gave their lives that women and children might be saved. Auf Deutsch heißt dies etwa, gewidmet den mutigen Männern, die mit dem Wrack der Titanic am 15. April 1912 untergingen. Sie gaben ihr Leben, sodass Frauen und Kinder gerettet werden konnten. Ich finde diesen Fall von Ginozentrismus fast schon besser als die Definition des Begriffs. Geradezu putzig finde ich den Zusatz auf dem Denkmal. Erected by the Women of America. So deutsch etwa, errichtet von den amerikanischen Frauen. Als ob dieses Denkmal von Frauen bezahlt wurde, geschweige denn, dass auch nur eine Frauenhand bei der Errichtung des Denkmals im Einsatz war. Aber nicht nur das Leben des Mannes wird dem der Frau untergeordnet, sondern auch das des Kindes. Frauen und Kinder zuerst, heißt es so schön. Und zwar auch genau in dieser Reihenfolge. So war die Überlebenschance einer Frau höher als die eines Kindes. Im Infobereich dieses Videos findet ihr einen Link zu einem Artikel auf tagesspiegel.de, den ich euch empfehlen kann und welcher unter anderem auch die Überlebenschancen von Männern, Frauen und Kindern aufbröselt. Besonders folgenden Abschnitt fand ich im höchsten Maße interessant. Zu den Geretteten gehören alle Kinder der zweiten und vier der fünf Kinder in der ersten Klasse. Von den Frauen an Bord überleben 97% aus der ersten Klasse und fast 90% aus der zweiten. Viel schwieriger ist es für Frauen und Kinder der dritten Klasse. Trotzdem überleben 46% der Frauen und 34% der Kinder in der dritten Klasse. Ganz anders das Bild bei den Männern. In der ersten Klasse rettet sich immerhin jeder dritte. Von den 465 Männern der dritten Klasse schaffen es nur 75. Das sind gerade einmal 16%. Noch schlechtere Karten haben die Männer der zweiten Klasse. Von 168 gehen 154 mit dem Schiff unter. So wie es ihnen der Ehrenkodex des viktorianischen Zeitalters gebietet. Schlimmer ergeht es eigentlich nur den Ingenieuren, die die Stromversorgung bis zum Schluss am Laufen halten. Und Thomas Andrews Garantiegruppe. Die sterben alle neun. Also ich weiß nicht wie es euch ergeht. Aber für mich persönlich ist dies ein eindeutiges Indiz für das Vorhandensein des Patriarchats. Nein, im Ernst, Männer. Dieser Sozialkodex ist ein Ausdruck einer Kultur, ja. Aber diese wiederum ist nur Ausdruck der Biologie. Und in dieser gilt, Eier sind teuer, Sperma ist billig. Der Rest ist reine Rationalisierung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis die Tage Männer. Sollte dir das Video gefallen, dann gib diesem einen Daumen rauf. Teile es mit deinen Freunden auf Social Media. Und wenn dir meine bisherigen Videos gefallen haben, dann würde ich mich über eine kleine finanzielle Zuwendung freuen. Oder unterstütze mich, indem du ein Patreon wirst. Dies wird mir dabei helfen, die Qualität meiner Videos noch zu steigern. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.